Ich bin der Achim Bicking, ich bin hier Kellermeister im Weingut-Reisek-Acker. 2017 haben wir unsere neue Kellerei hier gebaut. Wir hatten vorher schon Scharfenberger Pressen und waren immer mit dem Service zufrieden, mit der Qualität. Und haben uns deshalb auch entschieden, das für den Neubau dann mit Scharfenberger zu planen, weil es hier einfach das Rundum-Sorglos-Paket gibt. Wir haben die komplette Annahmestation von Scharfenberger planen lassen, sowohl Laufsteg, Trichteranlage, alles aus einer Hand. Von daher fanden wir das schon sehr gut, was da geboten wird.